Ja, okay, das stelle ich mir jetzt sehr interessant vor. Wir gehen rein und versuchen gegen Jonas zu gewinnen. Entscheidende Partie und wir sind am Start. Wir machen direkt mal eine solche Combo. Das stelle ich mir auch sehr, sehr interessant vor, meine Freunde. Oh mein Gott, doch, 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 doch. Klozauber. Ja, 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 noch ein Klozauber. Oh mein Gott. Was? Stop, 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 stop. Nein, nein. Kein Stopp. Kein Stopp. Wie?